hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von minecraft und dann muss alles wieder herholen so gut das hätten wir dann wollte ich jetzt hier anfangen dazu brauchen wir ein bisschen Rutsch die Büro können wir erstmal wieder einen Platz mehr und hier machen wir wieder ein Geschäft rein nee ist nicht die Höhe okay ich muss jetzt kurz so aus ob das die Höhe wäre so hier rum oh nö jetzt regnet es auch noch den Boden kann man hier und da mal eine Detailplatte oder so reinsetzen für den Anfang weiß nicht das sehe ich vielleicht auch nicht unbedingt so so das würde ich erstmal die letzte Aufnahmefolge der Aufnahmesession die ich glaube ich noch mache so denn das ist egal eigentlich obwohl nee hier ist nicht egal warte mal ich gehe mal kurz schlafen können wir überhaupt schlafen ich denke schon ne hoffen wir es einfach mal dann müssen wir jetzt da durch kleben ach komm nochmal da bild so und dann noch hier hinten nein ach hier das kleine Haus können wir auch noch machen ja das sieht jetzt aus ob das Holzbild mit dem Mantel so entwickelt ist ich mache mal eben das Haus hier ich mache mal eben das Haus hier das ist ja bloß ein kleines das wird dann nicht zwechstöckig das kriegt bloß eh eine Etage Juhu neun FPS Juhu neun FPS Juhu neun FPS Juhu neun FPS Nehme kurz weg Danke die rennen jetzt irgendwo hier unten drunter rum so da da brauchen wir nee mhm mhm zack da 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 Glas müssen wir erstmal wiederholen ne der Regen irritiert mich grad total ich werde ich werde dann nach der Runde hier nach der Aufnahmerrunde werde ich dann ich kann Mass Effect aufnehmen ich habe so eine Lust auf Mass Effect ich bin mal gespannt auf die ne auf die Menschheit gesehen wann wir ich meine selbst hier mal außerirdisch hier jetzt manch einer mag da vielleicht lachen aber sehen wir es mal ganz logisch und realistisch also dass wir alleine sind ist eigentlich Quatsch totaler Quatsch ne also nicht jetzt irgendwie irgendwie die kleinen grünen Menschen oder sowas sondern richtig logisch realistisch gesehen es ist eigentlich utopisch dass wir alleine sind die Frage ist halt nur wie weit ist es verbreitet in welchen Dimensionen also Intelligenzgrad her ne kannst du dich schon im Weltall bewegen wir können es teilweise halt ne es geht immer besser bei uns das ist ja wenn wir ehrlich sind unsere Fortbewegung im Weltall jetzt momentan ist ja mehr treiben lassen ja Gas geben und dann treiben lassen das ist von Effektivität ist das weit entfernt also wird sind es gab mal es gibt da ja so eine oh Gott wie hieß das eine Art Tabelle die die Intelligenz eines Volkes einstufen kann ich glaube es ging bis Stufe 4 und zwar ist das so eine Art Energietabelle gewesen Energietabelle wie folgt Rasse 1 also Völker der Stufe 1 können die gesamte Energie ihres Planeten nutzen komplett alles ich glaube das war irgendwie so ne es gibt drei Stufen oder warte mal alles ne es gibt drei Stufen drei Stufen gab es da ähm Stufe 1 nutzt die gesamte Energie die gesamten Rohstoffe des eigenen Planeten ähm Stufe 2 ist die Wesen nutzt die gesamte Energie des eigenen Sterns also wenn wir jetzt einfach unsere Sonne die Weltenergie unserer Sonne benutzen würden das würde aussehen wie folgt wir würden zum Beispiel eine Art Gitterstruktur um die Sonne bauen ne und würden äh ja diese Lordzellen für die Erde direkt dort hinsetzen beziehungsweise auf diesen Gitter teilweise sogar leben ne das um die Sonne gebaut ist das ist Stufe 2 also einfach nur ein paar Lordzellen aufstellen das ist noch lange nicht Stufe 2 ähm und Stufe 3 ist ähm die gesamte Energie der eigenen Galaxie zu nutzen das ist dann schon eine Ecke eine Ecke krasser und wir als die Menschheit ist sie jetzt momentan Stand noch nicht mal eins wir sind noch null quasi wir sind noch gar nicht mit drauf ist schon ein bisschen traurig ne es gab ja oh Gott ich weiß auch wo war das ich kann leider nicht sagen welche wie der Name des Sterns war da gab's jetzt das ist noch mal eh lange her da wurde ziemlich so aufhebens drum gemacht weil das Lichtmuster was dieser Stern abgegeben hat ne die Lichtinterferenzen die wir hier sehen das Flackern und so ähm das sah wohl ich hab das so nicht mitgekriegt ich hab das halt bloß gelesen in den Artikeln und das sah wohl so aus von hier im ersten Moment als ob dort wirklich eine Art Struktur um die Sonne wahrscheinlich rum gebaut sein muss weil das Flackern des Sterns so komisch war ja das Flackern war wirklich so komisch dass sie halt angenommen haben okay da muss eine Art riesige Struktur rum sein anders kann man das Flackern nicht erklären jetzt wird aber davon ausgegangen dass das Flackern wahrscheinlich mit dem Alter des Sterns doch eher zusammenhängt anstatt so einer Struktur die Idee der Struktur ist aber immer noch nicht aus dem Raum also es ist immer noch möglich heißt dort wäre der Volk wahrscheinlich von irgendeinem Planeten ich strebe mal ganz noch was also dort wäre ein Volk von einem Planeten um diesen Stern wahrscheinlich geboren und dort ne dort entstanden dann irgendwann halt so weit dass sie zu ihrem Stern geflogen sind und dort halt direkt was rum umgebaut haben und die Energie dort nutzen so muss man sich das vorstellen und da steht halt noch immer noch ein bisschen im Raum dass dort so wie das Flackern aussieht oder halt die Signale die hier ankommen dadurch davon dass das vielleicht eine so eine riesen Struktur ist kann natürlich auch sein ich meine man geht jetzt davon aus okay wenn jetzt da so eine Struktur ist ne nur angenommen mal da ist eine Struktur okay heißt ja nicht dass die Struktur noch intakt ist kann ja sein das Volk ist schon lange nicht mehr da ne die Erde ist jetzt 4 Milliarden Jahre alt wie jetzt muss ich überlegen 4 Jahre klar und wird die Sonne wird insgesamt ca. 8 Milliarden alt ne 5 die hat insgesamt 10 Jahre alt und noch ja genau hier nochmal die Erde ist 8 Milliarden alt äh 4 Milliarden Jahre alt unsere Sonne ist 5 Milliarden Jahre alt jetzt hab ich's ähm ne kann ja sein dass das Volk schon seit paar Milliarden sogar weg ist weil einfach ihr eigener Stern ihr eigener Planet ihr eigenes System ist viel eher entstanden als unseres ne als unser Sonnensystem ist natürlich durchaus möglich kann also sein die sind schon gar nicht mehr da und das ist wirklich nur die Struktur die da leblos um den Planeten äh um die Sonne kreist ist ja auch durchaus möglich fände den Gedanken den Gedanken fände ich aber irgendwie auch mega cool wenn es so wäre also wenn es so wäre dass die Struktur vielleicht sogar verlassen ist und das Volk schon gar nicht mehr da ist wenn ich mir ich bin auch sehr gespannt ob in unserem Sonnensystem mal vielleicht sogar schon früher anderes Volk gelebt hat das ist natürlich dann die Mars Theorie ähm der Mars hat ja mal so ausgesehen wie die Erde die Venus hat wahrscheinlich auch mal so ausgesehen wie die Erde sehr 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 viel früher bevor es halt toxisch wurde alles äh ich mach mal Dachziegel und ähm da gibt es ja auch die Theorie oder ist halt es ist halt möglich natürlich auch dass wenn der Mars mal wirklich genauso ausgesehen hat wie die Erde grün alles drum und dran kann es natürlich auch durchaus sein dass dort schon mal Erfolg gelebt hat jetzt nicht mehr halt weil keine Ahnung wieso sieht der Mars jetzt so aus ne es passieren halt Katastrophen bei uns hier auf der Erde genauso vielleicht mussten sie weg vom Plan vom Mars weil er sich halt verändert hat so wie man heute kennt kann ja sein ist ja doch durchaus möglich aber ich weiß nicht ich glaube nicht dass in unserem Sonnensystem direkt schon mal eine Art Volk da war also ich denke wir sind hier die ersten in unserem Sonnensystem auf die Galaxie gesehen alleine auf unsere Galaxie gesehen sind wir mit Sicherheit nicht das älteste Volk unwahrscheinlich sehr sehr unwahrscheinlich und das heißt ja auch nicht dass er Volk ein gewisses Alter haben muss um eine gewisse Technologie halt zu erreichen eine gewisse Technologiestufe ne wenn er halt eh kluger Kopf sagt jo jetzt habe ich die Idee dann ist es halt so bei manchen Völkern dauert das dann vielleicht länger bei anderen nicht so lange das ist das ist nun mal so ne das ist bei uns ja auch nicht anders wenn er eine Idee hat geht es weiter wenn er eine Idee kriegt geht es auch nicht weiter im Fortschritt ne und ja da habe ich mir so gedacht was natürlich cool wäre weil gerade weil mich halt was wie der Trommel da wieder so ein bisschen auf die Richtung bringt immer wieder wenn ich spiele ich spiele ich beschäftige mich mit solchen Themen eigentlich tagtäglich und wenn ich noch so spiele wie was wie der Trommel oder so darum spiele ich solche Spiele wahrscheinlich auch gerne weil ja meine Fantasie zu dieser ganzen Sache noch viel viel mehr anregen was ich halt auch cool fände wenn wir dann irgendwann halt so weit sind dass wir recht schnell in Anführungszeichen recht schnell von A nach B kommen ich sag mal jetzt nur in unserem Sollensystem erstmal recht schnell von A nach B jetzt dauert der Flug zum Mars einfach mal als Beispiel der Flug zum Mars dauert jetzt glaube ich ca. 6 Monate mit unserer momentanen Technik es gibt da aber glaube ich schon einen Antrieb jetzt der ist noch eine Testphase ist ganz lange her da habe ich mal so einen Artikel darüber gelesen der könnte das Ganze um einiges schneller machen ich glaube es war die Rede von halbieren der Zeit schon mal das wäre schon mega es war aber kein ähm der erste Gedanke ist jetzt vielleicht Ionenantrieb oder irgendwas der ist schon lange da Ionenantrieb da gibt es doch schon die ersten ähm Satelliten die so ein bisschen damit arbeiten aber um den geht es nicht der ist immer noch zu langsam der braucht halt Zeit um sich aufzubauen und das ist für eine Reise zu einem anderen Planeten für ich sag mal die erste Kolonie der ersten Siedler whatever wäre das viel zu lange das würde zu immer noch zu lange dauern für so was ne da ich weiß wie er hieß ich müsste mal gucken ob ich den Artikel noch irgendwo finde wie der Antrieb hieß die Antriebstechnik die sie da entwickelt haben das Haus mache ich schon wieder clean dort unten und das nächste wird den Mauer wieder doppelstöckig das kleine da so ne ähm wenn wir dann halt diese Möglichkeit haben recht schnell von A nach B her in unser Sonnensystem zu kommen dann bin ich sehr darauf gespannt ob man vielleicht auf irgendeinem ich könnte mir äh was ich mir vorstellen könnte ist vielleicht auf irgendeinem Saturnmond dass man da vielleicht irgendwelche ach ja ich sag mal Ruin findet jetzt nicht Ruin im Sinne von Stadt und Co ähm sondern Ruin im Sinne von Außenposten ne so ein kleiner Außenposten wie wir uns das vielleicht mal vorstellen würden sowas in der Richtung könnte ich mir vielleicht gut vorstellen könnte ich mir vielleicht gut vorstellen der natürlich verlassen ist einfach hier war mal was könnte ich mir gut vorstellen wäre cool wenn wenn man sowas finden würde irgendwann dann da ist unter so ne Theorie ähm mal jetzt weg von diesem Quatsch mit den kleinen grünen Menschen und so ne Humbug er gab es mal ein Wissenschaftler ich kann mir die Namen nicht merken also das frag ich gar nicht erst ähm der hatte die Theorie dass wir mir jetzt im anderen Volk dann mal begegnen ähm dass das uns an sich gar nicht so so fremd ist so unähnlich die Theorie die Theorie ist gar nicht gar nicht so schlecht und zwar hat er da angeführt dass er die Natur nach Perfektion doch strebt ne die Perfektion der Natur sagen wir mal ehrlich das können wir nie erreichen wir versuchen es mit Kunst mit Eindruck dran aber Perfektion der Natur ist halt die Perfektion schlechthin und so sind sie auch mit Evolution seht mal seht mal einfach jetzt auf eurer Hand ne ihr habt eure Handfläche jedes Glee wenn ihr eure Finger bewegt jedes Gelenk das ist ne es ist echt wir können jeden Finger einzeln bewegen jeden Abschnitt einzeln steuern einfach nur als Beispiel und zum Beispiel unsere Augen unsere Augen können sogar Wärme sehen ne wenn ihr jetzt zum Beispiel die Heizung anmacht und es ist recht kalt im Raum und ihr guckt dann wenn darüber zum Beispiel Fenster oder so ist und ihr guckt Richtung Fenster das ist ja recht helle dann durchs Fenster und dann sieht man so diese Wärmeschwaden die so hochsteigen ne also unsere Augen sind eigentlich ich kann es ich hab da jetzt keine Ahnung durch aber er hat gesagt unsere Augen sind eigentlich schon teilweise Perfektion es gibt natürlich viele verschiedene Augen auch im Tierreich sehen wir das ja es gibt viele verschiedene Augen aber unsere Augen sind so das Nonplusultra wohl wohin versucht wo die Natur wahrscheinlich versucht das auch immer wieder aufhören auszuprägen na ist ja ein interessanter Gedanke und dann hat er halt so gesagt naja wenn das so ist die Natur nehmen wir mal an die Natur strebt nach der Perfektion immer wieder und sowas wie unsere Hand ne also könnte es passieren sei mal aus einer Idee nach könnte es passieren dass wenn wir irgendwann mal wirklich ein anderes Volk dann treffen sei es im All oder sei es hier auf der Erde ne wo immer dass wir dann wirklich denen einfach so unsere Hand geben können wie wir das so machen wir gehen einfach wirklich unsere Hand weil die auch ihre Hand ne das ist so der Gedanke dass die uns gar nicht so unähnlich sehen werden wie wir uns das vielleicht jetzt grad vorstellen wir werden uns vielleicht sogar recht ähnlich sehen das ist ein interessanter Gedanke oder also ich finde das mega interessant anstatt zu denken dass die komplett anders aussehen einfach mal sagen naja die sehen vielleicht gar nicht so anders aus wie wir sie werden teilweise mit Sicherheit anders aussehen einfach die Umstände auf ihrem Planeten wie sie evolutionär entstanden sind und alles drum und dran klar das ist komplett anders als bei uns also es wird schon hier und da Veränderungen geben ne aber die Veränderungen sind wie gesagt zum Beispiel die Hand vielleicht gar nicht so groß der Gedanke hat mich sehr fasziniert also muss ich sagen ich trinke mal eben wieder was wenn ich so viel rede so ok das habe ich hier noch obwohl das hier vorne hab ich schon fertig gehabt ach da hab ich hier irgendwas im Hals eh wenn ich so viel rede das ist fertig gewesen ne warte ich mal wenn ich so viel rede das ist das haus ist auch soweit erstmal ne ja gut da können wir hier durchlaufen so das Glas muss später noch rein ja wie die Theorie fand ich auch sehr interessant dass wir uns wahrscheinlich gar nicht so unählich sehen werden ist durchaus möglich ich meine wenn die Natur wirklich so in die Perfektion wenn das halt so ist dass die Natur wirklich nach dieser Perfektion immer wieder versucht zu streben da ist natürlich durchaus plausibel was ich aber wenn ich jetzt so ähm die Natur ist für mich persönlich mehr als nur die Natur ist da ich auch vom Glaube her so ein bissl naja sagen wir mal da ja nicht dieses Alter also ich glaube an die Erde selber das ist na das geht's in die Richtung Heidentum kann man sagen noch halt nicht Thor, Odin und sowas sondern über noch älter direkt Gaia glaube an die Erde selber und sowas das ist so meine mein Glaube halt auch und dann gehen wir mal davon aus äh jetzt wovor ich jetzt hinaus verdammt verdammt wovor ich jetzt hinaus jetzt habe ich den Faden voll verloren nein wo war ich jetzt zuletzt mit der Perfektion ne genau mit der Perfektion war ich jetzt ähm wenn ich jetzt davon ausgehe dass die Natur vielleicht doch nicht ganz so nach der Perfektion strebt also für mich persönlich meine Fantasie kennt da eigentlich muss ich sagen keine Grenzen die Wissenschaftler sagen ja zum Beispiel da und da kann kein Leben entstehen einfach jetzt ne Planet X mit Atmosphäre so und so Zusammensetzung da kann kein Leben entstehen so ja das sagen wir weil wir es nicht besser wissen aber die Natur ne das ist ja wieder das glaube an die Natur glaube an ich meine die Natur ist ja jetzt nicht nur Natur ist ein Oberbegriff für mich ist das Oberbegriff ist eigentlich allgemein Oberbegriff ähm er dürfte halt nicht nur die Natur auf der Erde sehen jeder Planet hat ja seine eigene Natur ne seine eigene Evolution vielleicht auch teilweise äh nicht teilweise hat es ja wahrscheinlich auch wenn es jetzt nicht direkt Pflanzen sind oder vielleicht Tiere oder auch wirklich schon ein ausgebildetes Volk was das seine eigene Identität quasi ja anfragen kann in Zweifel stellen kann den eigenen Platz im Universum erfragen kann also Intelligenz voraussetzt ne ganz einfach gesagt Intelligenz schafft dann ja das ist wieder das falsche zumindest wieder Holzmann ne da kann ich mir halt irgendwie vorstellen dass die Natur auf anderen Planeten viel viel mehr Schlupflöcher kennt als wir uns das vorstellen können das war jetzt das eigentliche worauf ich hinaus will ich hab in 10 Ecken abgeschweift aber auch nichts richtig ne ich wollte eigentlich sagen dass halt Forscher sagen ja da kann kein Leben entstehen ja wir wissen es nicht besser für uns kann da kein Leben entstehen weil wir es halt nicht besser wissen ich sehe die ich bin aber eben wie gesagt für die Natur das war der eigentliche Hintergrund ich glaube an die Natur an sich und dass wir die Perfektion versuchen zu erreichen aber nie erreichen werden und wir uns daher auch nicht wirklich vorstellen können so was die Natur also wie kreativ die Natur eigentlich sein oder sein kann sein also ist die Natur ist verdammt kreativ und da kann ich mir halt ich kann mir sowas vorstellen wie zum Beispiel an Orte wo man jetzt wirklich sagt ne da kann ja gar kein Leben entstehen wie auch zum Beispiel ne nochmal als Beispiel ein Gasriesen ne ein Gasriesen Jupiter Saturn hat keinen festen Boden kann kein Leben entstehen würde ich jetzt nur nicht sagen ich bin klar im ersten Moment logisch hat nicht mal einen Boden besteht nur aus Gas wollen wie soll das Leben entstehen wie das genau entsteht das ist natürlich nur die Freisfrage das kann ich auch nicht beantworten aber ich hätte da ein Gedanke wie es aussehen könnte und also in meiner Fantasie kann ich mir gut vorstellen dass es selbst in einem Gasriesen eine Art von Leben gibt das wäre wenn es so wäre wahrscheinlich sau überraschend für alle Forscher aber ich kann mir das sehr gut vorstellen und zwar kann ich das jetzt mal erzählen wie ich mir das so vorstelle ein Leben auf einem Gasriesen welches Leben da leben könnte auf einem Gasriesen ohne Boden nur in Gasolken zum Beispiel ich trinke mal eben was nicht so viel Rede ist immer schlimm und zwar wie folgt das ist natürlich die Gaswolken sind natürlich extrem dicht das ist extrem verdichtet wäre würde für mich dann also die Möglichkeit wenn ich mir so vorstelle bestehen dass eventuell da vielleicht was drauf gleitet das ist ja das ist sehr sehr dicht von der Atmosphäre her also kann ich mir gut vorstellen zum Beispiel sowas wie das kann man zum Beispiel nehmen in Rochen in Rochen ist recht massiv nicht wie ein Vogel elegant und zart sondern in Rochen eher massiv hat aber auch diese ne wieso schwingen kann man in Anführungszeichen sagen und da kann ich mir gut vorstellen stell ich einfach mal in Rochen vor der die Größe von dem Wahl zum Beispiel hat ne auch mit dem Flügel mit den Ausbuchtungen an der Seite halt dran und wenn halt die Atmosphäre also im Gasriesen so extrem dicht ist kann ich mir gut vorstellen dass so etwas wie ein Rochen von der Größe eines Wahls vielleicht dort auf diesen es sind ja auch enorme Winde auf diesen Strömungen kann der super gleiten das könnte ich mir perfekt vorstellen eigentlich dann ist natürlich die Frage okay Fortpflanzung, Co-Entwicklung könnte ich auch mir gut vorstellen dass zum Beispiel wenn die halt darum gleiten zum Beispiel Eier und Co könnten ich trinke noch was das kratzt schon wer das ist so kann ich mir vorstellen zum Beispiel Eierablager und Co dass die das zum Beispiel halt ablegen und die Eier werden natürlich von den Winden getragen und und ja es würde auch irgendwie es gängeln beziehungsweise könnte natürlich da gehen wir mal in die Richtung Seepferdchen und Co dass zum Beispiel einer der beiden Partner halt je nachdem die Eier dann zum Beispiel aufnimmt halt kann ja auch kann ja auch kann ja auch direkt Säugetiere und so sein ist ja ist ja auch kein Problem das kann man sich auch gut vorstellen denke ich und zum Beispiel nahrungstechnisch und so kann ich mir natürlich vorstellen dass es gibt ja Wale die gibt es doch diesen diesen Grill ne die sind so ganz kleine ich lasse mich lügen ist das Grill das waren keine Fische direkt das war so zu Algen mäßig so ne Algen war uns ohne ach Gott was war denn das gleich Grill jetzt komme ich nicht drauf ihr wisst bestimmt was ich meine ne das halt dann sowas natürlich auch in großen Schwärmen in den Wolken dort ja mit rumfliegt oder zum Beispiel einfach ne sowas wie die Algen vielleicht auch dass sowas dann natürlich auch mit in diesen dichten Wolken da rumschwebt und die Wale also diese Rochen die ganz großen da kann ich mir gut vorstellen dass die das natürlich dann auch dann aus der Luft rausfiltern aus den aus den Gasen rausfiltern würde auch passen ne kann ich mir auch gut vorstellen dass es so ganz gut funktioniert und wie gesagt das ist momentan ist ja aber natürlich der Gedanke ein Gasriesen kann nichts leben ich kann mir an so vielen Orten äh vorstellen dass da was lebt oder die Natur haltenden Möglichkeit gefunden hat da Leben entstehen zu lassen das kann ich mir ohne Probleme vorstellen ich denke wir werden irgendwann wenn wir dann irgendwann soweit sind ne schnell von ANRB kommen können und dann wirklich mal beim Saturn irgendwann oder beim Jupiter irgendwann mal aufschlagen und halt wirklich mal die Gaswolken untersuchen wollen und go ich denke wir werden da echt ein blaues Wunder erleben und eine ganz schöne Überraschung weil das ist halt wie gesagt wieder die Natur die Natur kennt Wege und Möglichkeiten die wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen können oder nicht wahrscheinlich die wir uns nicht vorstellen können wie viel Kreativität in der Natur selber steckt und da denke ich wir werden dann so doch einige Überraschungen erleben dürfen wenn wir das erste Mal wirklich bei einem anderen Planeten sind ich kann mir auf dem Mars vorstellen gut ohne Atmosphäre ja Bakterien Mikroben es ist ja sogar schon bestätigt Bakterien und so wurden ja sogar schon gefunden wenn ich mich recht erinnere im versteinerten Zustand aber wurden gefunden also es gab dort mal ein mikrobakterielles Leben das ist ja sogar schon bestätigt eigentlich soviel zu Außerirdischen das ist eigentlich schon bestätigt zu 100% nicht nur vom rein logischen her sondern es ist schon bestätigt ups aber ich denke da wird uns noch so ein blaues Wunder bevorstehen dass es mehr Möglichkeiten gibt als wir uns da wahrscheinlich vorstellen so wie mache ich das jetzt am besten vielleicht mal so hier dass es mal irgendwie andersrum ist das ist ja noch gut ich habe auch dieses um die Wahrheit dann wirklich vielleicht dass wir dann Ruinen finden vielleicht von anderen Völkern die schon wirklich weiter wollen dass wir das ist ja so krass das ist doof ok hier bringt das gar nichts hier wahrscheinlich auch ne weil das andere Haus noch kommt machen wir das so hier dann hat man hier ein Fenster und da ein Fenster ne ok das ist eigentlich egal hier hat man ein schönes Fenster ist das so fiel rein interpretieren und sich vorstellen wie das wohl da draußen aussieht ist ja das kann ja auch durchaus nicht möglich sein dass zum beispiel so was wie klar nehmen wir jetzt mal auf den film irgendwie beispiel star wars einfach nur star wars als beispiel dass er vielleicht schon jetzt gerade werden wir noch hier auf unserem kleinen planeten rumdammern da draußen gibt es vielleicht schon ein paar völker die natürlich auch schon voneinander wissen dass sie da sind untereinander und da gibt es dann natürlich dann vielleicht auch schon teilweise zusammenschlüsse und koalitionen oder wie man das nennt bündnisse ich bin es ja nur logisch wir würden dann auch versuchen bündnis zu machen wir machen ja auch untereinander in unserem eigenen volk hier bündnisse dass wir uns nicht gegenseitig angreifen gibt es in sicherheit da draußen unter anderen völkern auch und dass da vielleicht schon so was wie eine art parlament oder sowas gibt von zusammenschlüssen von völkern doch kann ich mir gut vorstellen das ist so was bestimmt jetzt auch schon gibt dann wir vielleicht noch hier ist denn jetzt in unserer galaxie ist kann sein nachbar galaxie ist das schon so hier ist das ja bei uns noch nicht woanders ja warum nicht ja gut hier in der galaxie kann es ja auch schon zu sein kann ich mal das ist krass wenn wir da wirklich da raus wenn wir dann wirklich unser erstes schiff in anführungszeichen haben und dann distanzen schnell überbrücken können zum morse nicht nur sechs monate sondern wirklich nur ein paar stunden das wäre das wäre tempo wenn das so wäre und wir dann irgendwie genau da irgendwo ankommen vielleicht bei dem asteroid erstmal kurz halten wegen proben nehmen oder was wie auch immer und und auf jeden Fall jeder schon schiff und was und vielleicht weil wir beobachtet wurden auf mir endlich soweit sind aufgenommen zu werden diese Gemeinschaft quasi keine ahnung da kann man sich viel vorstellen wie das schon aussieht da draußen aber ich kann mir sowas gut wurscht dass es vielleicht so kurz wie sowas gibt kommt halt darauf an wie ich weiß gar nicht wie jung oder wie alt unsere galaxie ist an sich ob sie noch mal ein separates alter hat im gegensatz zum allgemeinen zum allgemeinen alter des universums eigentlich müsste es ja haben ne ne ob hier vom alter her der galaxie überhaupt sowas schon möglich schwer dass es so viele völker überhaupt schon geben könnte aber wenn es halt auch schon völker bei uns hier geben könnte mit sicherheit die vielleicht sogar schon nicht mehr da sind vielleicht auch wegen einem krieg oder wie auch immer na weiß es gibt mit sicherheit natürlich völker draußen die andere völker partout nicht ausstehen können wo ich echt ein bisschen angst mit der menschheit habe muss ich ganz ehrlich sein ich meine die menschheit ist an sich nicht böse an sich nicht mehr wir sind in erster linie doch mehr in sachen forschung orientiert würde ich jetzt spontan zu sagen ne wir sind erst mal nur auf forschung fortschritt das problem ist aber dass die menschheit eigene ideale wie kann man das am besten sagen dass die menschheit sehr eigen ist zum beispiel als beispiel dass jetzt meine meine denkweise wie ich die menschheit als ganzes einschätze und zwar schätze ich die menschheit schon so ein nehmen wir mal an die es gäbe es wirklich irgendwie eine bedrohung ein großes deal für die gesamte menschheit ein anderes volk was auch immer und wir stehen kurz vor vernichtung mal wirklich ganz den ganz schlimmsten fall annehmen also ich schätze die menschheit so ein wir würden die erde selber zerstören und vernichten und uns selber damit auch komplett ausrotten oder selber ausrotten als dass irgendjemand anders das bekommt was wir haben also dass irgendjemand anders die alle bekommen wir würden mir die ganze erde selber zerstören bevor irgendjemand die einnehmen könnte so schätze ich uns ein kann natürlich ist natürlich jeder sieht das vielleicht anders ist so meine ansicht wie ich so die menschheit so einschätzen aber gut sowie dazu das war es jetzt erst mal für die folge und wir sehen uns dann in der nächsten aufnahmesession in der nächsten runde minecraft wieder ich könnte mir das mit dem weltall thema ja ein bisschen aufschreiben da können wir ja dann noch mal in den nächsten folgen gleich noch drüber reden das wäre vielleicht ganz schön müssen wir mal gucken gut wir haben einiges geschafft es werden langsam mehr häuser guck mal es wird so langsam es wird gut da würde ich sagen bis dahin tschüss